Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerausi? Ich muss da diesen Raum räumen. Das ist der Stall für die Kühe über den Winter. Die sind jetzt noch auf dem Feld draussen. Hier muss alles raus. Und dann Abschrankungen rein. Hier ist der Laufhof. Da muss das Holz weggeräumt werden. Damit ich da auch Abschrankungen aufstellen kann. Wird da weggeräumt ans Trockene. Weggeräumt mit meinem Hecklader. So. Stahl. innen ist eingerichtet muss dann noch morgen der auslauf draußen man sieht dass ich auch noch abschrankungen aufgestellt werden und das ist jetzt sechs der bauer hause der macht feierabend